Er schaut sich immer noch die Nachrichten im Fernsehen an, liest noch mehr Zeitungen, er hat ja jetzt mehr Zeit, hält sich für äußerst gut informiert. Jemand, der bei Dingen mitreden kann, von denen er zuvor keine Ahnung hatte. Er sucht jemanden, mit dem er sich austauschen kann. Doch alle, die für ihn in Frage kämen, stehen mitten im Berufsleben und haben keine Zeit. Zwar beneiden sie Manuel um seine Freiheit, gleichzeitig aber sind sie heilfroh darüber, der Gesellschaft nützlich, mit etwas Wichtigem beschäftigt zu sein. Manuel sucht bei seinen Kindern Trost. Sie gehen immer sehr liebevoll mit ihm um. Schließlich war er ihnen ein guter Vater, ein Vorbild an Ehrlichkeit und Fleiß. Aber auch sie haben anderes zu tun, wenngleich sie es als ihre Pflicht ansehen, sonntags zu ihm zum Essen zu kommen. Manuel ist ein freier Mensch. Seine finanzielle Lage ist zufriedenstellend, er ist gut informiert, kann auf ein Leben ohne Fehl und Tadel zurückblicken. Nur, was jetzt? Was tun mit dieser so mühevoll errungenen Freiheit? Alle grüßen ihn, loben ihn, aber niemand hat Zeit für ihn. Ganz allmählich beginnt Manuel sich traurig, nutzlos zu fühlen, trotz der vielen Jahre, die er der Gesellschaft gedient und sich nützlich gemacht hat, und auch trotz seiner Familie. Eines Nachts erscheint ihm im Traum ein Engel. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Hast du es deinen Träumen entsprechend gelebt? Manuel wacht schweißgebadet auf. Was für Träume! Sein Traum war, ein Diplom bekommen, heiraten, Kinder haben, sie aufziehen, in Rente gehen, reisen. Wieso fragte der Engel so sinnlose Dinge? Ein neuer langer Tag beginnt. Die Zeitungen, die Nachrichten im Fernsehen, der Garten, das Mittagessen, ein wenig schlafen, tun, wozu er gerade Lust hat. Und in diesem Augenblick merkt er, dass er zu überhaupt nichts Lust hat. Manuel ist ein freier, aber trauriger Mensch, nur einen Schritt von der Depression entfernt. Früher war er immerzu beschäftigt gewesen, um über den Sinn seines Lebens nachzudenken, während die Jahre wie Wasser unter einer Brücke hindurchflossen. Er erinnert sich an den Ausspruch eines Dichters. Er hat nicht gelebt. Aber da es zu spät ist, sich dies einzugestehen und etwas daran zu ändern, erzählt Manuel niemandem von dem Traum. In seiner so mühsam errungenen Freiheit fühlt er sich, als lebe er in der Verbannung. Erinnert sich. Das ist ein Schilder. Erinnert sich. Es ist ein Schilder.